ja A A ach du machst das jetzt super und wenn ich allein als ob sie es nicht nie toll siehst du ja ich hab's geschafft siehst du habe ich doch gesagt auch Gott ist das jetzt schwer Pasi aber du kannst das Schild jetzt echt wegmachen weil ich werde es wirklich nicht aufgeben Pasi 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 ich hab's geschafft yeah so jetzt Pasi jetzt mal ohne Witz du kannst das Schild echt wegmachen ich werde das wirklich nicht aufgeben dein Ernst ich wollte mal was zu essen ne tschüss bis gleich ach quatsch aber der Sprung ist so nervig ne ein Tag immer weg der Sprung ist so nervig ich hab mir leckeren Apfelkuchen ich hab' jetzt jeder weg jetzt ohne Witz du bist da voll im Weg Karate sollte auch sprinten äh zum Glück habe ich solche Probleme da unten wenn ich da runterfalle es wie er hat sich aus dem Zug fort er hat die ganze Zeit kam die P looking die P egentliche Sagen die Pfeil da ist auch Prozent Prozent es tut so als wenn er es seit aller Herzen gepackt hat! Schon die ganze Zeit schaue ich dir zu, da! Ich hab dich einmal voll schissen, ey! What run, Junge, mit einem run, ey! Das war voll easy peasy! Boah, was zieh ich da? Ich geh kurz auf Klo! Fuck! Ja, jetzt muss ich das allein unterhalten, oder was? Passika? Ne, war klar! Jetzt kann keiner sehen, wie ich gleich erfolgreich bin! Boah! Als ob ich verkackt, kackt das ja nur! Oh, jetzt pack ich's, jetzt pack ich's! Jetzt pack ich's! Boah! 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 Das war knapp, ey! überhaupt nicht so wie immer! Boah! 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 Boah, ist das spannend! Wir tun gar nicht die Finger weh! Boah! ein nachhaltig ja klar du kommst dann wieder wenn ich verkacke guck die ganze zeitig genug sturm zum Glück ist das kein Problem hier siehst du auch wenn er das was in der Runden Prozent boah ey aber ich werde das hundertprozentig nicht aufgeben okay scheiße bei der Sprung ist voll schwer m 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 ich bin voll motiviert m 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 wer hat er denn gerade zwei Pizzen die eine Liga noch vergisst das nicht ja ich wieder schnuppern voll Geldverschwendung gewesen irgendwie schon wie kommt darauf dass du zwei Pizzen isst ich hatte so Hunger und ich hab gedacht und dann als ich nach Hause fuhr mit meinem Skateboard hab ich auf einmal gebracht scheiß ich hab gar nicht gar nicht so ein riesen Hunger sauberer Gericht da erschützt richtig Premium bei übelst und da ist er wieder oh ja auch passiv sind unsichtbar aber kann sehr Prozent immer draus machen Prozent Prozent als er geschickt hat ein Skelett wie jetzt es gilt schießt schießt übrigens gerade in die Luft k als er den Fall in der Alpersee Köln na Köln ich will so nicht mehr leben Köln der Führer werde mich aber lassen auf jeden Fall Lerner wir sehen dass ich in der Baller der Stadte 1 in den Scherz vorhanden in der Nähe aber jetzt schafft er es du musst dir nach rechts geht ich weiß aber du idiot jetzt musst du noch da oder noch da schlecht 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 ich bin taliban von der taliban von der bombeangriff ist so deutsche bomben alter wieso sterbt ihr zum glück nicht nervig ich habe das recht im gelmord zu sein dass er nicht geschafft ich hätte es gerade auch nicht mehr wurde weggenommen aber nicht von mir ich wolle da liegt er wie viele feile liegen ein kleines auch und ich konnte die feile eigentlich einsammeln konntest du die einfach nicht mehr was meine waren ja klar was sind verbindung zum zoller wird getrennt sauber sauber passiert wieso hallo wieso passiert er nicht aus dem gemolken er hat sich nicht ein bisschen eine nähe Florian ich will jetzt sicherer nachfallen hoher er doch wegen der ganzen schwein ja vor dem Gangbanger unten warte mal mach mal Unsichtbarkeitsdrecken drauf das wäre voll witzig ich weiß dass die richtig geil aus strebende Wolle ich sollte da echt nicht mehr runterfallen irgendwie nicht ok das war Lack was war Lack was immer mit so was war wichtig und nicht wahr du bist aber unsichtbar und 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 ich mache es gar nicht und irgendwie sind sie gar kein Problem ähm ich bin super Verbindung unterbrochen bei mir auch nicht das war ich nicht alter ich habe das war die Schafe ist so das sind zu viele ja